Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es um ein etwas älteres Buch und zwar um das Buch Shen Shen von Wolfgang Hirn, die Weltwirtschaft von morgen. Warum habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und was sind so die Key Learnings aus diesem Buch, das alles möchte ich einmal mit euch in diesem Video teilen. Eine Sache vorab, wenn euch das Buch interessiert, dann geht gerne in meine Videobeschreibung, da ist dann der Link zu dem Buch, dann könnt ihr euch das Buch direkt über Amazon bestellen und das macht es euch einfacher, ihr habt das Buch dann direkt und für mich gibt es eine kleine Provision, damit unterstützt ihr auch meinen Kanal und ich würde sagen, legen wir direkt los. Was ist Shen Shen? Das ist eine Stadt in China, das ist eines der größten, aufstrebendsten Städte in China und das ist quasi das Silicon Valley der chinesischen Volksrepublik. Und hier werden gerade die größten Innovationen hervorgebracht, im Rahmen natürlich der Diktatur Chinas und es geht einfach darum, dass sich die Wirtschaft höchstwahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren nach China verlagern wird. Also die Wirtschaftskonzentration, was wir ja jetzt in den letzten Jahren auch mal hatten in Amerika, in den USA, das waren ja die großen Weltführenden, wird sich das jetzt alles nach China verlagern und es wurde in dem Buch auch mal so ein bisschen beschrieben, woran das liegt. Also warum ist China gerade die aufstrebende Wirtschaftsmacht, was hat dazu geführt, auch so ein bisschen das geschichtliche Thema und ja, das ist so der eine Teil, den ich in dem Buch so interessant fand. Also wenn ihr euch wirklich für das Thema interessiert, würde ich euch das echt wärmstens empfehlen, jetzt gerade auch im Zuge dieser ganzen außenpolitischen Sachen, die auch passieren, würde ich echt sagen, schaut euch das mal an. Also das wird am Anfang so ein bisschen beschrieben, auch dass China jetzt gerade auch am Image arbeitet, China hat ja so das Image aktuell noch, dass da die Billigprodukte hergestellt werden, aber sind wir mal ehrlich, diese ganzen Produkte, die ganzen Marketing, Marketing sage ich schon, die ganzen Markenprodukte, wie zum Beispiel Apple, Samsung, all die ganzen Sachen, die werden ja in China produziert. Also die haben dieses Produktions-Know-how. Das einzige Problem, was man in China noch hat, ist, dass sie das Image haben, dass deren Produkte das Image hat, okay, das ist billig, davon ist man nicht bereit, viel auszugeben. Und das ist etwas, das wird sich jetzt in nächster Zeit ändern. Also China wird zu einem Hochpreisanbieter, ist dann auch in der Lage nicht mehr billig, Schrott, also ihre Produkte in den Westen für wenig Geld zu verkaufen, sondern für viel. Und es gibt auch schon erste Marken, die zeigen, dass das funktioniert. Also Neo, das Podant zu Tesla, Huawei, aber auch DJI, diese ganzen Produkte von DJI, zum Beispiel die Drohnen, diese Gimbals, die Kamera-Gimbals, ja, das sind alles chinesische Unternehmen. Und da kommen wir auch schon zu dem zweiten Part, was wir in dem Buch halt vorfinden, ist, dass in dem Buch die Top-Unternehmen vorgestellt werden aus Chen Chen. Also was sind das für Unternehmen, die gerade solche, die mit so einer brachialen Durchschlagskraft nach vorne preschen, ja, und den amerikanischen Markt platt machen. Und das sind alles Unternehmen im Bereich zum Beispiel der Technologie, ja, sehr, sehr technologiegetriebene Unternehmen, im Bereich der Mobiltelefone zum Beispiel, was dann zum Beispiel so Apple oder so Konkurrenz machen wird, aber auch in der Automobilindustrie, ne, ich hatte es ja gerade genannt. Schaut euch mal an, wie so ein Neo aussieht, ne, das ist quasi dann das Pendant zum Tesla-Modell, nur, dass man diesen Wagen zum halben Preis bekommt, ja, mit mehr Reichweite und so, also es ist so jetzt Stand jetzt aktuell, ne, wir haben es ja auch noch nicht so hier in Deutschland, ist aber noch nicht ausgerollt. Es ist halt nur eine Frage der Zeit, ne, wenn diese Produkte einmal bei uns ankommen, dann wird es richtig zur Sache gehen, ne, davon bin ich fest überzeugt, ich bin auch davon überzeugt, dass China in den nächsten Jahren, ja, ich sage nicht einmal in den nächsten 10 Jahren, ich rechne damit, dass es innerhalb der nächsten 3, 4 oder 5 Jahren passiert, ich habe viele Bücher zum Thema Asien gelesen, viele Wirtschaftsbücher. Ich bin der Meinung, dass es jetzt recht schnell geht, ähm, dass China zur aufstrebenden Wirtschaftsmacht wird. So, das mal so als ganz groben Tonus, ähm, oder, ja, so, so als ganz grobes Grundrauschen, wenn euch das Thema interessiert, holt euch gerne das Buch, ist wirklich sehr, sehr intensiv, ich finde es auch sehr gut, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, ne, auf diesem Kanal. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, macht's gut!